Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Vlog-Eintrag. Heute ist wieder Jogging angesagt, muss man wieder sein. Mehr nach dem Intro. Ich bin heute unterwegs im Taunus, da wo ich auch lebe, in der Nähe hier gerade von Darsbach. Da hinten irgendwo ist Darsbach. Heißt Darsbach und nicht die Bach oder der Bach, sondern Darsbach. Ja, scheiß Witz. Egal. Ich habe ein neues Ziel. Ziel ist 30. September Tough Mudder zu laufen mit Rosario, Tanja, Pujan, Marco, Alex und Konsorten. Thomas wird dabei sein und so weiter. Wir laufen den Tough Mudder 19 Kilometer mit, ich glaube, 21 Hindernissen am 30. September. Und deswegen muss ich mal langsam ran schaffen. Denn ich habe mich mit Schrecken festgestellt, es sind nur noch sieben Wochen. Ja, deswegen muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen Distanz hinbekomme. Heute erster Schritt für etwas größere Distanz. Ich gucke mal, dass ich meine 11 schaffe. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich will mich gleich. Darsbach. Darsbach. Ich bin jetzt bei etwa 5 Kilometern und es ist ganz schön warm. Das ist, glaube ich, noch knapp 30, 31 Grad hier draußen. Und es schlaucht ganz schön. Aber muss halt auch mal sein. Muss halt auch mal anstrengend sein, ne? Ja, ich mache weiter. Jetzt bin ich bei 8 Kilometern und es läuft gut. Man merkt so langsam, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, aber man merkt langsam, dass es dunkel wird. Wir haben jetzt aktuell hier kurz vor 21 Uhr und da wird es natürlich ein bisschen dunkel in Deutschland. Ja, ich bin zwar nicht in dunkel Deutschland, aber es wird trotzdem dunkel. Jetzt denke ich mal, dass ich noch eine halbe Stunde laufen werde und dann schauen wir mal, was passiert. Die 11 kriege ich, glaube ich, noch voll. Ja, das schaffe ich heute. Sehr gut. Mein liebes Sporttagebuch. Ich bin jetzt bei 11 Kilometern und man sieht, ich laufe immer noch. Bedeutet, ich habe vorhin eine kurze Abzweigung genommen und mich selbst verarscht, weil, egal wie, ich muss jetzt 12 Kilometer laufen. Ich muss ja irgendwie zurückkommen. Von hier aus kann ich umdrehen, 1 Kilometer. Von hier aus kann ich durchlaufen, 1 Kilometer. Und demnach laufe ich schon 12 Kilometer, da habe ich schon voll Bock drauf. Gute Beine heute gehabt. Schöne Musik drauf gehabt. Hier die Rocky Soundtrack. Ja, egal. Und jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme. Man merkt schon, es ist langsam dunkel. Jetzt kommen mir die ersten Radfahrer ohne Licht, kommen die mir entgegen. Mann, oh Mann, oh Mann. Bei der Dunkelheit. Naja, egal. Ich kenne mich eh nicht. So, jetzt werde ich den letzten Kilometer noch absolvieren und dann bin ich echt froh heute. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen, habe die 12 Kilometer vollgemacht. Check. Und habe eine Stunde 16 dafür gebraucht. Auch nicht schlecht. Check. Und ich bin eigentlich ganz froh, auch wenn ich gerade nicht so aussehe. Ich freue mich schon auf den nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal. Cheerio, mi Sophie.